Du hast Lust mit deinem iPad Pro, dem Apple Pencil und Procreate coole Muster zu zeichnen, hast aber keine Ahnung wie das geht? Kein Problem, denn wie du solche Muster erstellst, verrate ich dir in meinem neuen Kurs Procreate für Anfänger Muster zeichnen. Mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernst du, wie du ein einfaches Muster, ein Mix-Muster und sogar ein Endlos-Muster zeichnest. Und das ohne Procreate-Grundkenntnisse. Der Trick ist nämlich, du musst nicht alles wissen, sondern nur die Sachen, die dir wirklich weiterhelfen. Den Link zu meinem neuen Kurs Procreate für Anfänger Muster zeichnen findest du in meinem Profil und auf meinesvenja.de Und wenn ich das kann, kannst du das auch.